Hallo, ich bin Johannes von NewGadgets.de und jetzt schon in Hannover auf der CB2011. Ganze zwei Tage bevor es hier offiziell los geht. Wir schauen uns jetzt schon mal in der Halle 17 an, was dort los ist, denn dort ist noch große Baustelle. So, hier geht es in die Halle 17. Ja, man sieht es schon, es sieht nicht ganz fertig aus hier. Aber zum ersten März wird das Ganze schon ein bisschen besser aussehen. Hier sind alle noch fleißig am Arbeiten. Das ist hier eine riesen Baustelle. Aber morgen, bereits morgen zum Pressetag, müsste hier einiges schon fertig sein. Also ihr seht, hier wird noch fleißig gebaut. Hier ist auch noch so gut wie gar nichts fertig. Morgen ist erst der Pressetag. Also wirklich anfangen tut es erst übermorgen ab dem ersten März. Und bis dahin sieht es hier wirklich super aus. Hier ist dann, ich glaube mal ein Teppich, ich weiß nicht genau. Aber es sieht super cool aus dann. Und vor allem alles fertig und ohne diese ganzen Baumaterialien hier. Und jetzt kommen noch ein paar Videos und Bilder für euch. Mit ein paar Impressionen hier von den Bauarbeiten auf der CeBIT. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.